Hallo, hier bin ich ganz ungeschminkt auf dem Weg nach Rhein zur Hochzeit und ich nehme euch einfach mal mit. Viel Spaß! Ich bin in Rhein angekommen, hier ist es wunderbar sonnig im Gegensatz zu Berlin. Ich werde mich jetzt mit meinen Bräuten treffen, dann werden wir durchgehen, ob wir alles haben und dann kommt der Zug. Wir werden dann gleich meinen Schlachtplan für morgen fertig machen, nochmal durchgehen, gucken was wir noch brauchen und dann habe ich glaube ich Zeit ins Hotel einzuschicken, bevor wir dann die Deko finalisieren und ich den Saal schmücke. Bis gleich! So, die Bräute haben mich jetzt mit Kaffee und Kuchen in ihr Haus gelockt und jetzt müssen erstmal die Gastgeschenke noch fertig gemacht werden. Also mache ich mich gleich mal an die Arbeit und das ist keine Beschwerze mit Jogginghose, nichts Ungewöhnliches. Seitdem ich mich das letzte Mal gemeldet habe, sind jetzt ein paar Stunden vergangen. Ich habe mit den Bräuten den Festsaal soweit fertig gemacht, haben die Tische gedeckt, haben den Sektempfang vorbereitet. Heute ist es halt eine DIY-Hochzeit, irgendwo auch klein und fein, wie sich die Bräute gewünscht haben und jetzt laufe ich nach dem Abendbrot einfach zurück zum Hotel. Guten Morgen, es ist jetzt ziemlich früh noch, ich gehe gleich erstmal frühstücken, aber vorher zeige ich euch noch, wo gleich geheiratet wird. Schaut euch das an. Durch dieses Tor wird dann das Brautpaar schreiten und da hinten seht ihr schon den Trausal, wo wir jetzt mal schnell hingehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020